Welcome to Nadine's Kitchen. Heute machen wir die beste Avocado-Creme ever. Wir brauchen eine Avocado. Frischkäse, heute mal vegan. Die Magic-Zutat, Knoblauchpfeffer und Salz. Die Avocado macht in eine Schüssel deinen kleinen Mönchen. Et voilà. Jetzt kommt dein guter Löffel Frischkäse rein. Zick. Mixen. Heißt ordentlich Knoblauchpfeffer und nicht einatmen, das ist richtig eklig in der Nase. Und noch eine Prise Salz. Wieder gut umrühren. Okay, Taste Check. Voll lecker, ich liebe die einfach. Probiert sie unbedingt mal aus, eignet sich super als Dip und das Beste, ihr bekommt davon keinen Mönchgeruch, obwohl da Knoblauch drin ist. Nice!